Vielen Dank. 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 Oh, das wäre cool. Okay. Oh, okay. I guess I could have met him at the bar. His brother is coming. Yeah, in no way. How good is he? He's above my level. It's so hot here. I need to say, because I was explaining how good were people here. I see them me and him 8 and 9 in some order and it doesn't actually matter. But anyway, yeah, I see him above me, but it was a first to fight for one M&M. By the way, it's a sponsor, but it's a sponsor, I don't actually think they got anything from the sponsor. I don't actually think they got anything from the sponsor. Yeah, 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 yeah. Yeah, he is here with the upcoming past tournament, and I saw it when I looked here. Oh my god, that's ugly. I hate to see it. Oh no. Yeah, also won't be here next week, so I have to win this one. Thank you. Oh my god. Yeah. Oh, okay. Oh my god. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... Bye. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist denn alles da gerade? 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 Was? 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 We reduced time of 200 percent for the annual. In... Das ist neu, okay. Du bist ja da so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier, Lele kämpft sich langsam zurück in das Match, die Frage ist, war dieser Homie-Stock von NyxDread zu viel des Guten? Ich meine, gerade auf FD, weiß ich nicht, ob ich einen Homie-Stock geben würde, aber ganz ehrlich. Ja, ja, da war vorhin, also ich habe auch gesehen, dass der Licht an ist halt, ja. Wer ist denn da? Oh, und er dachte, er kriegt hier einen kleinen Gimp mit der Gimp. Mit der Reverse-Abwehr, aber sie hat leider nicht so getroffen, wie er sich das vorgestellt hat. Wieder den Dashback nicht bekommen, ich glaube, er hat wirklich ein Controller-Problem mit der Kollege. Vielleicht ist dann doch FD besser? Äh, ja, weiß nicht, weiß nicht. Aber wenn man für mich die Fangraphs bekommt... Ich glaube, jemand sollte, jemand sollte mich ersetzen, denn ich muss jetzt spühen. Konsti, willst du weiterkontrieren? Dann würdest du deine eigene Seiten verpacken können. Dann würde ich dir, schauen wir mal das Graf meiner Gegner aussehen. Wahnsinn, mach das mal. Oh! Oh! Wie sieht Le Bracquet aus? Le Bracquet? Das war ein... Ja, auf jeden Fall. Das ist ja spannend hier. Hi! Hallo. Ich muss auch noch gegen den Gewinner von den beiden. Den machst du so schlimm. Oh! Wichse oder gegen noch mehr Wichse? Echt, du musst gegen die Gewinner? Ich glaube, ich muss nicht gegen den Türkenspieler die Mütze auch haben. Das ist... Ne, ne. Das ist ja... Jetzt sieht's mehr danach aus. Hier steht 1-1. Ich denke mal, Maxi hat da gesonnen. Ich warte auf Übersicht an den Rides. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Okay. Oh! 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 Boah, was ist das? Oh, schon. Wie ist die ausgegangen? Ehh... 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 Nee. Das ist halt noch alles. Okay. Wieso, geht das nicht weg? Ja, das ist nicht. Das ist so lange, damn. Das ist noch Smash & G mit meinem Namen. Ja, ja. Das ist immer noch Shit. Hast du gehört, dass... Ähm... Was? Hast du gehört, dass Metaphy jetzt an einem Smash & G Competitor arbeitet? Ah ja, das... Wo es stand, dass... Es ist wie... Weil der Turnierorganisator nicht zackt oder so? Ich bin nicht von Microsoft. Wahnsinn. Aber ist Metaphy auch irgendwie so eine Microsoft-Fan? Nee. Aber ich weiß nicht, ob das gut wird. Weil das ist wirklich immer so was schwer zu machen. Vor allem mit so einer Prediction, wie das passiert. Ja, ja. Ich denke auch, das wird genauso kacke am Ende. Eventuell sogar schlechter. Meinst du? Ja. Das ist wild. Also Challenge war ja schon besser eigentlich. Oh! Ich bin ja schon krass. Das wäre ja ziemlich krass, wenn es noch schlechter wäre. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, Leo's da. Oh! Oh! Wir können... Wir können... Nein, wir können eigentlich... Leo Start an Donus reinspeisen und da... Oder wär das... ... wär das... ... wär das... ... wär das nicht mehr... ... weil er nicht gehört, ohne mich gut zu haben. Wir können das hier zurücklehnen. Was? Maxi gegen Mixpad. Willst du wohl den Haar am Stimm spielen? No, they will both be the one to do but can choose. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ja. Alright. Dann, ich denke, ich sollte, dass ich das Kippe bin. Wie ist das? Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ich habe 3-0 gewonnen gegen Jan. Es war Battlefield 4, Dreamland, Dreamland und alles war Last Stop. Ja, ich mache das gleich. Du musst gegen Lerfusi. Welcher hast du mit? Ja. Ja, ja. Du warst Fried? Genau. Und er war... Puff? Was? Ja, ja. Und es war genau Battlefield, One Stock. Und dann... Also die waren alle One Stock und dann 2 mit Dreamland. Ja. 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 Hast du das Zeit gesagt? Nein, wir müssen nicht sagen. Ihr müsst ja das Zeit sagen. Mit dem Zivil-Bahn. Er hat 3-0 geboren. Du bist dann... Thomas gegen User von Konsti und Udo und mit dem User von seinem Hintergrund. Genau, die beiden, die da hinten spielen, der Verlierer von denen ist dein Gegner. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wetter? 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 Ja, ich bin froh, ich bin froh, zu den Lagen. Das ist toll. Es ist toll. Okay, ich bin froh. Wie geht's? Ich bin froh. Wetter? Kann ich... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, nice to see there he is. Oh, the power shield. Okay. Oh, my God. I've never seen Nixa being treated like this. Okay. 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 Yeah. Okay. Okay. Ja, ich kann dich auswählen, wenn du nicht viel Platz hast. Vielleicht. Hier haben wir mehr Zeit zu denken. In case du hast einen Charakter, der kann wirklich schnell reagieren. Was? 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 Ist das ein Mistra von dem? Okay Okay, Even Game I hope the gladness in his mind What the fuck Waaaat Ich bin der Kugel. Oh my god, 3H guard. 3H guard. Last stock. Ich bin der Kugel. Ich habe gesehen, dass die Nixers in die Situation nicht mehr in die Situationen geht. Please, nicht riskieren. Nicht in die Trap. Ich bin der Kugel. Ja, die Kugel. Das ist auch eine gute Idee. Die Kugel. Der Kugel. Das ist ein Kugel. Und das ist alles. 3H in der Kugel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Why does Dennis always put one, four, and one? Huh? He's against Bomba. 3-1. And the right one. Can I move the ship? 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 The job is kind of close. The derby. Derby time. Ja, ja. Man, du bist in die Mutter... Shit. Ja. Oh, shit. Ja, du kannst es spielen. Okay. Wie kannst du das? Krio und Handset. Huh? Krio und Handset. Ja, das ist für dich. Stay safe. Wie kannst du es spielen? Du kannst du es spielen safe, wenn du es spielen kannst. Every time. Ich habe 2 Sekunden. Ja, sicher. Vielleicht kannst du es spielen. Und du kannst du es auf dem Weg? Was? Nein. Es war nicht so gut. Es war nur eine Einheit. Es war nicht so gut. Wirklich auch. Das ist los. Oh, ich bin noch nicht wirklich. Ich bin noch nicht. Du bist mehr, ich bin noch nicht. Oh, was du bist? Ja, wirosheb-, Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Was soll ich etwas? Haha. Oh. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des WDR Das ist so lustig, du bist in Berlin und machst dich gegen Lele. Ja, in der ersten Runde. Ich konnte ihn nicht in Italien, also musste ich es in Deutschland machen. Ja, das war ein guter Set. Ja, es war ziemlich cool. Ja, ich denke, wenn ich nicht RedFox für Game 5 hätte, hätte ich verloren. Das ist ein Colossal. Ja, das ist ein bekanntes Colossal-Counterpick. Oh, ich verstehe. Mein Mann, Jan Uri, ist es bekannt. Oh, verdammt, ich habe fast gewonnen. Ich glaube, er hat die Bedeutung. Ich glaube, er hat die Bedeutung. Oh, die Bedeutung hat die Bedeutung. Ja. Ich wünsche, dass sie etwas besser war und sie einfach nicht hat die Bedeutung. Ich nehme das. Ich nehme das. Das wäre ein schönes Charakter. Ja. Und Mr. Saiturn hat die Bedeutung. Ja. Ja. Ich glaube, er hat es gut in generell. Du kannst es nicht schilden. Unser Schild ist gut. Du kannst es schildern. Du kannst es verletzen. Du kannst es schildern. Make Fox twice as fast, but just take away his pull-up. Das ist der beste Charakter in dem Spiel. I wonder if Dennis knows how to do the hyperfloat stuff. I think he knows. I think it's really rare. As far as I know, only like 5 pizzas know how to do it consistently. I think it's really hard. I don't know the frames though. I think it's supposed to be really good versus Falcon. That sucks. I think it's supposed to be really good versus Falcon. Cause you CC'd them there. That's the... Ja, Top 8. Ja. Sick. Sick. Ja, jetzt muss ich 5 Leute absetzen. Und ich bin gut. Die sind nicht so gut. Jetzt fängt der Auflauf an, um wenig zu spielen. Wir haben nichts gespielt. Ihr geht? Ja. Der ist nicht so gut. Der ist noch nicht so gut. Aber ich hab noch nicht so gut. Wie geht es denn? Hallo Hallo Oh shit Du bist mein Junge Yes You still can't see me Of course In the summer... We never play Das ist das. Du kannst mal die Losers anzupassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok. Winners Final. Ne, Grand Final. 7, 8. Ach so, aber... Der von Winners Final kommt ja in den Losers Final. Aber dann 7, 8. Ne, 7, 8. Da sind dann zum Schluss 2. Ja, aber da kommt ja der von Losers Final. Also der Winner, der Niebu... Ja, ich weiß, der kommt dann hier. Ja, das ist der Gartner. Ja. Newsnight ist der Top. Ich denke, da musst du das machen. Das ist ein Böding-Plessis. Der 3, Bro. Ich denke, ja. Niemand hört mich an. Was geht da rein, Leute? Entschuldigung. Am ich aufstehen? Oder du wirst die Winner-Plessis? Wir müssen ja. Nein, 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 nein. Ich denke, das wird kommen. Ich habe doch gerade schon gegen Yann gespielt. Ich habe doch gerade eben schon gegen Yann gespielt. Warum musst du eine Tupier? Nee. Hä? Nee, du musst in der anderen Seite. Ich muss gegen Maxi wahrscheinlich, ne? Du musst die andere Seite. Maxi Magic, ja. Danach muss er erst gegen mich. Ja, Maxi Magic geht schneller. Maxi Magic geht schneller. Ja, das für's. Das für's. Also wenn wir warten und dann streamen, ne? Ja. Könnt ihr auch jetzt spielen. Könnt ihr doch jetzt spielen. Könnt ihr doch jetzt spielen. Ja, sonst dauert es zu lange. Mit Puff dauert es zu lange. Je schneller es zu dir durch, desto besser. Ja. Aber du kannst halt wirklich warten. Ich kann auch. Ich warte jetzt. Ja, weil ihr müsst ja nur... Das dauert noch etwas länger. Na, warte mal. Ja. Ja. Und die spielen jetzt? 20 Minuten, bis das Sit drum ist. Nochmal 20 Minuten, bis das... Dann können wir spielen. Weil wir sollten vor... Münderspein ist immer vor, du was sehen willst. Ja. Yo, yo, yo. Was geht ab? Ja, wer Werbung hat, hat nicht subscribed, würde ich sagen. Was ich hier im Chat lese, vor der Dreiviertelstunde. Ist kein Mensch da? Schlimm, Alter. Kein Mensch guckt sich den Scheiß an. Leute, es ist je do. Wir haben heute ein richtig stacktes Jedum mal wieder. Seit langem. Zwei harte Hitter. Mindestens. Und alle anderen sind auch heftig. Also es geht komplett steil. Nick Strait hier auch schon mit dem Seeding-Wise ganz klein im Upset gegenüber Maxi. Aber nur ganz klein. Das ist so ein... Das könnte... Das würde gut gehen. Either way. Wie ist es aus? 3-2 im Losers... In Winners Quarters. Ja. 3-2 ist immer so, ja. Zwei, drei Entscheidungen anders. Das Set geht anders aus. Und man ist noch in Winners. Aber so ist das Spiel. Das Spiel ist hart. Aber sick. Ja. Und hier NRW-Mann mit einem Clean Run 3-0. Immer Tüster, glaube ich. Immer solide. Und ja, in Winners haben wir auch ein bisschen. Also eventuell Young Ulrich gegen Lil Fruzi, wenn er gewinnt hier. Das ist natürlich auch immer Hype. Wir sind ja auch Seeding-Wise relativ nah beieinander. Und auch Ranking-Wise, sagen wir mal in Berlin jetzt gerankt. Ich glaube, ein Platzunterschied. Für mich sind die ungefähr gleich gut. Deswegen ist es immer sehr, sehr interesting. Ich glaube, dass Maxi die leichte Oberhand im direkten Vergleich hat. Aber das werden wir dann sehen. Auf der anderen Seite haben wir Third gegen Ofis. Ha? Ja. Gegen Youngling. Kann lange dauern. Kann lange dauern. Deswegen lassen wir es Off-Stream spielen, Leute. Sorry. Es ist halt so ein Brawl. Aber ihr könnt es hinten in der Player-Cam sehen, eventuell. Hinten ist es Gott Lady. Hier in der Player-Cam, da. Ja. Da ist... Wenn Maxi seinen Kopf nicht nach vorne lehnt, dann geht's ab. Erster Start Battlefield. Ja, Magic hat auch zu mir gesagt, lass Battlefield starten. Ich so, okay. Let's go, Maxi. Sag ich auch. Let's fucking go. Ich bin aber nicht biased als Kommentator. Nur, dass ihr bescheid wisst. Aber let's go, Maxi. Fick. Entschuldigung. Mach ihn kaputt. Schöne Auto-Cancel-Backer auf der Stage. Super. Das ist der Stock. Das war ein cleaner Edge-Guard. So lob ich mir das, ja. Wer weiß, vielleicht... Haben wir ja irgendwann, wenn wir diese neuen Gamecube-Controller haben, einen Return of Maxi auf Gamecube-Controller? Ne, ich weiß nicht. Diese Fob gegen Cube-Controller? Ja, aber ich glaube, er hat wegen der Handzers genommen. Ne, ich glaube, er hat's genommen, weil den das abnervt, dass die Controller ständig kaputt gehen. Ja. Nein, das ist halt nicht so viel Handzerspiken. Das ist halt leider auch so. Das ist halt nicht so viel Spiken mit dem Controller. Das stimmt, ja. Da ist er auch selber daran schuld. Wer den Controller spiked? Ich werde im Juni wahrscheinlich wieder kompleten. Ah. Weil ich da meine Black Angle bekomme. Deine was? Black Angle. Ah, ja. Frame One oder was? LBX heißt das. Okay. So eine neue. Okay, nice. Von FTC. Nice. Das finde ich nicht cool. Und bei dir sind es die Hände? Ja, die Hände und Arme. Ah, ja. Ich habe eigentlich fast nie irgendwas, was länger dauert als ein paar Stunden an Schmerzen. Es gab eine Zeit lang, wo ich jeden Tag ultra viel gespielt habe mit Mustafar und also mit Ice. Red Bull Ice. Oh mein Gott. Das war ein Cleaner. Was war das? Two Stock? Three Stock sogar. Krank. Und da gab es eine Zeit lang, da haben die Hände öfter wehgetan. Aber wenn man sich um seine Hände kümmert währenddessen und davor und danach seine Übungen macht. Ein bisschen dehnen. Ein bisschen kräftigen. Die Finger. Ja, so. Hast du noch ein paar Tipps dafür? Naja, zum Beispiel kann man Daumen und auf den Zeigefinger drauflegen. Einfach ineinander drücken. So für fünf Sekunden. Drei, vier, fünf Sekunden. Und das wird jedem Finger halt mal machen. Man kann auch einfach alle Finger so aneinander legen. So Finger an Finger, so wie Merkel ungefähr so. Die Raute? Die Raute. Und dann die Finger so aneinander drücken so. Wirklich so, dass man so Spannung in den Händen spürt und dann lockern und wieder. Das kann man so immer vorm Spiel machen, um so ein bisschen die Hände aufzuwärmen. Du kannst auch verschiedene Dehnungen machen. Also mal die wirklich Strecken komplett. Es ist schwer zu erklären, wie man jetzt den Arm richtig dehnen soll. Aber da gibt es sicherlich im Internet eine Möglichkeit. Also wenn ich es dir zeige, wäre das so hier. Das kenne ich von Hockey. So. Du kannst ja unterschiedlich drehen dann. Man hat unterschiedliche Sehnen, die du ein bisschen mitnimmst. Und die Mitte hier? So? Ja, das dehnt eher so deine, das dehnt eher die Oberarme. Genau. Das dehnt eher den Trizeps und so die allgemeine Schulterbeweglichkeit. Ist alles gut, aber so für die Hände speziell empfiehlt es sich, ein Mix aus Dehnen und leichten Kräftigungsübungen zu machen. Und das auch konsequent zu machen. Und auch wichtig ist, dass halt die Rückenkondition reinzulieren. Ja, kann auf jeden Fall helfen, wenn man eine gute Posture hat. Kann auch helfen, so wie Sehnen zum Beispiel so eine Auflage zu haben, wo man die Unterarme drauflegen könnte. Klar, so wie die Sehnen, so einfach so wichtig gerade. Also Haltung ist immer, immer wichtig. Es ist leider, es gibt sehr viele, ja ich sag mal so, die Studienlage ist nicht ganz eindeutig, ob die Haltung einen Einfluss auf die Schmerzen haben. Zumindest bei Rückenschmerzen ist es oft nicht der Fall. Zumindest sagen das einige Untersuchungen. Wie es mit Händen aussieht und bei Gamern insbesondere. Ich denke, da gibt es eine Lücke und es kann ja nicht schaden, wenn man auf seine Posture achtet. Der Double Shine. What the fuck. Double Shine mit USD. Cool combo. Damn. Der Back Air. Die Back Air. Da ist, naja. Ja, Magic ist ein schneller Fox, aber manchmal ein bisschen zu schnell für sich selber. Manchmal ist es ganz gut, einmal kurz innezuhalten und zu gucken und sich neu zu positionieren, anstatt immer drauf zu gehen. Oh krass. Das war eigentlich ein Wave-Tash-Up-Tilt, aber ich frage es nicht, weil der kriegt den Kill. 1-1 steht da. 1-1. Spread it out. Das ist halt gerade Lusers von hinten angefangen. Das ist gleich gut voran, ich war. Da hat Uwe's Spiel. Uwe's, ähm, Jan spielt schon. Das kann lange noch machen. Ich spiele jetzt gerade. Ähm. Also, willst du danach anspielen? Oder dann wirst du warten? Ne, ich glaube erst... Wir müssen eigentlich nach... Also das ist ja nicht sehr schwer. Ne, ne, ne. Ne, ne, du kannst das Quartas ausnehmen. Du kannst das Quartas ausnehmen. Du kannst das Quartas ausnehmen. Wir können ein Looser-Quartas-Set spielen, das würde ich sagen. Ja, ich würde auch, weil das dauert mir alles nicht zu lang. Ich habe keinen Bock, dass das hier... Du musst ja auch heimskraunen Kinder haben. Ich denke, ein bisschen Stream-Explosion kann man schon machen, aber man muss jetzt auch nötig spielen. Ne, die sind ja alle. Magic war jetzt schon dreimal auf dem Stream. Nächste war auch schon auf dem Stream. Was kommt der Set von... Oh, shit. Wir haben Looser-Klempfose über den Stream. Weil das kann nicht lange dauern. Die Ferdinand haben schon genug am Stream gespielt. Es könnte heute legit Fünfter werden und 1-2 gegangen sein. Oder Papp, Papp. Das ist ja weh. Und so gegen Top-Reisen. Bei VQ hatte ich eine Runde weiter. Wir nehmen diese. Hast du ein Set gewonnen schon? Gegen Janja. 1-2 ohne zu gewinnen. Ne, das wäre ja richtig schlimm. Und dann Fünfter. Es gibt Punkte fürs Ranking. Ich meine, ich glaube, ich bin ja Fünfter, dann bin ich immer noch Erster im Ranking. Auch wenn ich Fünfter bin. Aber ich will natürlich mehr Punkte. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Philippa! Oh, get it ass! Tschölobu! Was ist das für Meili? Was ist das für ein Meili gerade? Oh Gott! Okay, 2-Sock! Solide! 2-1 für Jaxi. 2-1 für Jaxi. 2-1 für Jaxi. 2-1 für Jaxi. Wir können das dann echt so machen. Wenn die anderen noch ewig brauchen, dann spielen wir. Also dann spielen Dennis gegen Maxi erstmal. Und dann wir. Und dann können wir auch streamen. Ja, ja. Ich denke, bis dahin hat alles aufgefallen. Ja, ja. Ich denke auch. Dann würden wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Nur die 20 Minuten für das eine Set. Aber ich denke, das kann man schon machen. Das muss man auch machen. Die müssen ja eh spielen. Dann können wir auch zuspielen. Weil danach müssen wir beide dann theoretisch immer extrem lang raten. Egal wer. Egal wer wo ist. Oh! Die Ashkarts laufen gerade nicht so gut. Also aber Magic mit dem kranken Lied. Was ist? The Magic hat einen heftigen Lied gehabt. Ein Lied gehabt? Ein Lied? Ja. Und was gelesen. Oh! 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 Oh, das war herflich! Das ist spannender als du gedacht hast. Ich habe auch gedacht, dass das eine 3-0 in der Handshake ist. Ja. Oh, was? Was? Das ist einfach ein Mass-Rap gewesen. Ich glaube, ich war schon ganz gut hier. Interagieren. Ja, die sind schon okay. Ja. Die machen sehr viel dumme Scheißen. Ja, ja. Wir haben halt, glaube ich, fast nur untergegangen. Tag, Chase, Upsnash. Wie... Fox ist so dumm, Mann. So kackend. Oh, ja, Mann. Lass Fox-Hate machen. Ich habe so viel Mass-Hate schon abbekommen in meinem Leben. Bisschen Fox-Hate. Und verdient. Und verdient. Ich kann nichts dafür, dass ein Wave-Dash nicht so toll hat. Ja? Ja? Jetzt kannst du der Boden verwerteln. Ich verstehe nicht, wie man kippt einen Falken. Hast du mal mit dem ge-Wave-Dash? Das verstehe ich nicht. Das finde ich nicht schlimm. Das ist ein Piece. Das ist ein Piece. Hast du mal mit dem von der Plattform ge-Wave-Dash? Das ist ein Piece. Ja, okay. Waveland. Waveland ist cool. Und die Wave-Dashes sind richtig. Das ist auch okay. Ah. Ne, ich verstehe schon. Das ist kein Luigi, aber... Früher habe ich euch selbst gemeldet. Weil, was geht Duman? Duman? Duman hat gesagt... Wann gehen wir zum Duman? Also zum Duman an auf der Cannesstraße. Eine Shisha-Bar. Gibt es denn eine Shisha-Bar, die Duman heißt? Die Shisha-Bar, ja. Lass mal Shisha reden. Ich war schon ewig nicht mehr in Shisha. Ich... Ne, ich bin echt... Ich sag gar nicht Shisha. Ich hab überhaupt gar keinen Mann. Das letzte Mal zu Shisha-Bar waren wir mit Domme in Hamburg. Weil wir doch kurz einen Hugo trinken wollten. Du, super. Ein Hugo. Da haben wir hier einen kleinen Hugo getrunken. Super, toll. By the way, Game 5. Ja, Mann. Das war auch ein dreist Three-Stock gerade eben. Das... Sie schenken sich nichts. Sie schenken sich wirklich gar nicht. 3-2, aber das war ziemlich knapp. Das war mehr. Also, die nehmen die Geschenke aber teilweise gar nicht an. Ne, die sagen, ne, das möchte ich jetzt nicht. Das gebe ich zurück. Ne, das gebe ich dir. Ich möchte das umtauschen. Ich möchte das Geld haben, aber... Wolltest du mir das halt nicht. Aber... So, keine Ahnung. So viele Sachen kommen einfach ein bisschen Tick-Chasen. Das ist ja ein bisschen... Ist auch nicht einfach zu Tick-Chasen, muss man sagen. Ich glaube, das ist nicht so im Repertoire von beiden Spielern drin. Das Tick-Chasen? Ja. Meinst du? Ja. Das ist doch mit der Box so leicht. Ne, ist... Naja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist leicht. Dash Out of Crouch ist mit der Box immer noch nicht einfach. Das finde ich auch... Oh! Das ist einfach dadurch, dass du keinen Analog-Input machst und so einen Knopf so super schnell loswerfen einfach. Und das ist ja eigentlich... Vor allem wenn du so einen Tag einfach... Auf so einen Tag reagierst, dann ist das ja so... Keine Ahnung, reicht live. Aber... Ich glaube, wir haben es noch nie gemacht auf einer Box. Das ist ja eine Fremder-Situation. Alter, das scheint drin. Ja, Tick-Chase ist nicht gerade so gut. Das ist ziemlich gut, ja, in dem Covide-Spiel. Aber die machen halt... Ich habe das Gefühl, die spielen gerade sehr viel mit so... Und dann wieder so einen Stray-Hit und dann... Tick-Chase ist auch lame. Ja, voll. Ich finde, wir haben als Community... Wir haben als Community versagt. Wir hätten von Anfang an sagen sollen, diese ganzen Box-Controller. Die gehören direkt gebahnt, Alter. Du hast kaputte Hände? Ja, tut mir leid. Dann geh... Oh mein Gott! Habt ihr diesen... Habt ihr diesen... diesen John B. Peterson-Tweet über dieses... äh... Plus-size Bikini-Model gesehen? Ja, Mann. Das aber mit der Box. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da sieht man... und mit der Autoriterin... Autoriterin Toleranz... Toleranz, ja. Oh! Ja, ja, ja. Aber ich finde, die Smash... äh, äh... Fieldbox muss verboten sein. Das war halt das erste Mal, dass in einer... In der Deal kann man halt jede Taste einzeln koammieren, was das ist... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist nicht schön, und mit der Autoriterin Toleranz wird es verändern. Ok. Das ist ein Meme-Tentrate gewonnen, für alles Wege. Da kann man ein Bild dazu bringen. Warum ist eigentlich der Fan da hinten und aus? Wie ist der aus? Der, der, der... Okay, Leute, wir haben das Match gar nicht, wir haben das Match gar nicht groß kommentiert, aber Maxi hier mit dem Lead nach dem SD, das könnte... Oh, Last Stop Game 5 vielleicht? Oh, die sind näher, full of näher in die Stage, in Center Stage. Wird gepunished. Aber die Anza-Tacken ja nicht. Ich dachte, Maxi würde so richtig so... Er ist 1-0. 3-0. Wurde der von der Ecke da hinten appropriaten? Oh, das ist es. Das ist der Stock. GG, ist gut gespielt. So, man regelt es doch nicht schneller, genau so lange wie 4 ist. Wir waren sogar schon. Ja, es war halt dieses Match, aber es war halt... Wie stand es bei dem? 3-2. Ja, okay, gut. Wir haben 3-0, wir haben genau so lange gemacht. Dennis, hier gehen Liv Fusi auf Stream bitte. Maxi, du waren auf Stream. Spielst du auf Stream? Ja, ja. Keine Pause! Ja, von mir aus... Jan war noch nicht auf Stream. Mach immer zu Up-Pro-Rest. Ja? Ich schwör dir. Es ist echt einfach. Es ist echt einfach. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Up-Pro-Rest ist etwas anderes in Deutsch. Es bedeutet wie eine Sausage. Up-Pro-Rest. Es ist ein spezieller Sausage. Es ist ein Bier. Es ist ein Bier, das... Es ist ein Bier, das... Es ist ein Bier, das aus Sausage ist. Ja. Es ist ein Bier, das aus Sausagen ist. Ich kann auch nicht fassen, dass ich... immer gedacht habe, dass Fiction ein Meme ist. Und jetzt sind wir Homies. Er ist immer noch ein Wiener. Er ist so ein Homie, Alter. War geil mit ihm. War cool. Ja, ich habe auch mit ihm Smash gespielt. Das war nice. Er hat sich richtig hart über Marth geschwärmt. So richtig schlimm so. Scheiß Marth, mach mehr. Mehr ist voll schlecht. Während ich nur mehr mache. Aber ich habe es nicht so ernst genommen. War witzig. War witzig. War ein lustiger Abend. Oh, in der 1-1 geht's. In der 1-1, das ist 1-0. Nice. GGs, Leute. Best of 1, 1 Stock. Sorry. Ich trinke immer ein bisschen Wasser. Das macht ja keinen Sinn. Nö, das ist halt aus der Zeitseite. Und ziemlich weit vorne. Nee, aber das zieht gegen 3 gegen 4. Ähm. Du wurdest geabstattet. Du wurdest geabstattet. Ah, okay. Nix. Ja, das machst du. Ja, ähm. Ja, ähm. Ja, ähm. Ja. Ja. Das wäre so. Du wurdest geabstattet. Du wurdest geabstattet. Aber das hat er gegen Miss Flickstrasse gewonnen. Das war das Magic, ne? Hm? Das war das Magic gegen ihn, ne? Ja. Ja, das wäre ja noch gut. Das ist ja wild, wenn er das jetzt so tut. Ja, das wäre ja noch gut. Das ist ja wild, wenn er das jetzt so tut. Oh, oh, der hat die Rift. Ich will ja, du müff. Das ist ja die Hand. Ja. Ja, das ist ja die, Leute. Das ist ja die Hand. Das ist ja die Hand. Das ist ja die Hand. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch, äh, also, ja, auch nächstes Mal, es wird ein bisschen länger bleiben. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, es wird uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Ja? Ach so. Scheiße, die haben wir das gemacht. Ach so, scheiße, die haben wir das feiert, ja. Ich weiß nicht. Es ist gut, dass du das sagst, es wäre jetzt davon ausgegangen, aber ich muss dann, dass man mit den Leuten vom Verein klären, dass er immer da ist. Ja, ja. Dann schreibe ich direkt mal, ich mach das direkt mal. Das passiert immer. Genau, aber ansonsten halt die Woche auch wieder. Oh mein Gott, ist das der Mango? Oh was, drüber den Clipknopf. Ja, ich muss noch mal ein paar Sekunden warten, weil der Buffer ja noch da ist, der Clip-Buffer. Ich muss ja mal noch warten wegen der Clip-Buffer. Ah, okay, okay. Ja. Ähm. Ja. 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 Ja, das ist ja natürlich auch eine Idee. Ähm, wenn die nicht. Ähm. Ähm. Ja. Oh. Aber außerdem hätte ich jetzt sowas vorgeschlagen wie... Oh, nein. Oh, nein. Mit dem... Ähm. Mit dem... Wie weiß ich jetzt. Mit dem... Ähm. Pound hat er nicht. Ja. 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 Konati-Story. 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 Oh mein Gott. 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 Ja. Ja. Da sind die Zeit. Oh. Oh. Okay. All this trick in the book. Ja. 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 ich werde hier auf jeden fall auf der seite von dem schiller und verloben das stimmt Ja, we tree it down Aaaah, was? Aaaah, was? Okay, okay, let's go Das ist ein guter Spiel, das war doch. Ist er ja F-smasher? Oh, knappe. Das ist ja knappe. Ja, das ist gut, oder? Ja, das ist gut. Oh, das war's. Nein! Ich hab die Handraum gelanget. Wahnsinn. War fast nach dem Traum getroffen. Ja. Oh, das war's. Oh, das ist so. Ausgegeben. Wahnsinnig. Ah, bisschen Red bekommen. Ich sitze auch wieder da. Achso, ich sitze am Stuhl. Joooo! Ebenfalls ein alter Trick im Buch. War's After Arrest? Das war After Arrest. Ich hab nur gesagt, After Arrest. Hier der Miss-Tag-Tag-Trap. Nicht Tag-Trap, aber wie heißt er's? Weiter, Joshis. Du hast jetzt den Sixthread gedodged. Was ist das? Du hast den Sixthread gedodged. Tatsächlich. Ich glaube, ich hätte gegen ihn verloren, also. Kann man als Beinwritner? Ja. Ja, ja. Also ich glaube, gegen Jan würde ich vielleicht auch noch verlieren. Jan? Ja, Jan ist klar. Ja, also... Wir haben das richtig gut. Wir haben das richtig gut. Wir haben das richtig gut. Wenn ich so move und hängen bleibe, dann wird es kritisch so gegen die meisten Kalentäre. Und so Piep geht noch. Deswegen würde ich den Dennis ganz gerne. Das ist mein Ziel. Irgendwie alle anderen scheiß ich einen. Oder ich gewinne einfach im Brunner. Ja. Dann hab ich diese ganzen Sorgen gar nicht. Oh! 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 Oh yeah! Oh yeah! Das wär echt, das wär ein solider Stock jetzt. Oh! 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 Das war der Wahnsinn. Schöne Geduld von Jan. Oh! Mit den langsamen Färzen von der Stationstrand. Aber der Chat ist uns grad komisch. Weil immer, wenn Jan spielt, dann ist von Doondood richtig am Spam. Und die anderen. Wer Doom hat? Ja. Ne, Doomdood. Ah, seine Jungs. Ja. Ja, natürlich. Achso, die sind draußen gerade. Boah, die sind stiller Gimmis. Sind die hier gerade? Ne. Ich glaube, die sind gerade draußen. Ich glaube, er hat mit denen gerade geschickt. Jan, kann er hier nochmal einen cheeky Rest holen? Oh! Das war sooo schlau. Schade, schade. War ein bisschen zu langsam. Yo. Yo. Ah, schade. Ich finde krass, wenn der so stark Jan morden ist. Ja, Doomd. Aber jetzt auch. Also ich hatte so ein bisschen mit Dennis letztens die Diskussion gehabt. Weil ich dachte, er würde so ganz, ganz trocker gegen den Struck gewillen. Oh, schön. Ich dachte, er würde so sehr natter gegen den Struck gewinnen. Aber scheinbar ist das letzte Mal nicht gut für ihn gelaufen. Wie dein Jan? Ja. Ähm. Aber heute ist schon ein anderer Tag, anscheinend. Ja. Sehr schön. Oder vielleicht, vielleicht ist es noch so ein Tag. Vielleicht geht das nochmal richtig schwer, sehr geil. Ähm. Oh, okay. Herzmatch. Sehr, sehr alter Trick. Von einem sehr alten Buch. Ja. Aber kann Jan jetzt sich zusammenreißen und ihn einfach nehmen? Bei diesem 1 doch. Ja. Deine Stork und dann ist dann... Ich finde es so weird, wenn die Laser nach oben fließen. Ah, es ist so soft, es ist so soft. Nein, das macht ja nicht. Da wäre fast sogar Render gewesen. Okay. Tag ist jetzt offen. Und ähm. Jetzt wird es sehr interessant. Weil jetzt wird es etwas länger. Weil es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Ich glaube, ich habe... Ich weiß nicht, ob Grün dann so eine krasse Idee wäre. Oh. Ah. Erwisch die Texte mal. Da muss die anderen auch passen. Welcher wäre besser? Wäre das? Von? Ist Dave? Mhm. Ich hätte so sagen, weil ich hatte das Gefühl, dass... Ah, shit. Kommt aber auch an, welche Spears sind. Ah, shit. Er wollte bestimmt... Ich habe halt das Gefühl, dass... Das, äh... Nichts-Shirt ihn halt gut auskennt. Das hat er ja schon auf, äh... Juppie-Shirt gemacht gerade. Und, äh... Er merkt immer, wie das dann auch... Auf E-Mann läuft. Weiß nicht. Oh, aber... Oh, aber... Ah, nein. Oh. So, schöner Ausgleich. 3 zu 3. Oh! Der Grip. Oh, okay. Ah, schade. Ja. Aber kein Bammel. Oder? Ist ja fast im Kampf gewesen, aber... Ja. Und die Hand nochmal. Oh, was? Und Breast. Ah, schade. Wollte er nicht, wollte er nicht. Hat er nicht genommen. Wäre halt ein guter E-Folizer gewesen hier, aber... Er stirbt stattdessen. Shit, 2? Ja, 2-1, ne? 2-1. Ja, 3-1. Ja, 3-1. Ja, 3-1. Ja, 3-1. Ja, 3-1. Ja, 3-1. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Nein, 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 nein. Es wird einfach die Knott. Oh, ja. Ich glaub, da muss man... Ich glaub, da muss man einfach mal die Ledge setzen. Virus darf bloßen. Virus darf bloßen? Virus darf bloßen? Ja, bloßen. Ah. Wirst du ja checken lassen, wann er rein kommt. Guck mal, der Ledge ist von der Ledge nicht mehr. Mann. Voll die ganzen Ledge an der Ledge. Oh, das darf man einfach kaputt haben. Oh, schön. Boah, ich dachte, er würde den Rest machen lassen. Ich dachte, er würde den Rest machen lassen. Ja, das wäre richtig gut gewesen, aber kann ich alles haben. Werbung? Ja, zum... Ja. Schöne Rolle. Schöne Rolle. Ich glaub, Jan setzt ihn nicht, wenn er unter Druck geht. Ja. Ja. Ah, dumm du das. Oh, boah. Dumm du, du isst du. Oh. Er ist da? Okay. Wahnsinn. Du, heute wieder mal sprotten. Wir lieben es, das zu sehen. Und Zeit wieder. Schön. Boah, schön. Wieder raus. Boah, so viel. Ja, er holte wirklich... Schon ganz so ziemlich stark geliebt. Sollen wir mal ein bisschen... Oh, fast. Oh. Das ist deine Chance. Schnell mal, schnell mal machen wir uns. No way. Das ist oben, Alter. Ha, das war... Das wäre ein Schieferbesen, ne? Aber Sieglikraft ist halt ziemlich exklusiv, wenn wir es fahren. Ja, fahren lassen. Ja. Das kann er noch schaffen, auf jeden Fall. Ja, das war's. Oh. Das war's. Das war's. 3 zu 1. Oh mein Gott. Ganz, ganz toll. Arthur, wir sind dran. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das Set war einfach knapp. Das hat jeder das Game. Das hat jeder das Game. Also war nicht seine beste Leistung, hat schon mal mehr aufgedreht. Diese eine, Zero to Death. Das ist ein Nyxred, den ich kenne. Als er mich einfach komplett gefickt hat. Aber Nyxred hatte einen ziemlich guten Run heute gehabt. Ja? Ja? Wie hat er... War er nervös oder so? War nicht das Beste, was er gezeigt hat? Nein. Der hat halt gegen... Ich auch. Vorhin gegen Dennis habe ich richtig gut gespielt, ne? Ja. Ein paar Patzer. Aber ich habe richtig gut gespielt. Ja, ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe keine verloren. Rainer wird close heißen. Nein. Warte, was ist close so? Also es war nicht close, es war verdient schon. 3-0 ist ein faires Ergebnis dafür. Er war besser. Aber ich habe trotzdem gut gespielt, finde ich. Oh. Ich bin jetzt gerade voll gezittert, die ganze Zeit. Aber er hat mehr gezittert anscheinend. Ein paar Sachen, mit denen er nicht gerechnet hat. Und schon rede ich, dass er zu spielen ist. Das war ein bisschen krass. Also das war interesting. Das war interesting. Jetzt? Karon gegen... Wir spielen schon. Das ist Stardom. Ja. Anyway. Naja. Losers... Winners Finances. Beim ersten Win gegen Nix hatte ich. Oh no. Ja, das ist halt jetzt schon Top 4. Goddammit. Du bist besser als Lefouzi oder Dennis. Warte, wo ist... Da kommt sie so Winners. Ja, okay. Nix hatte gegen Lefouzi. Deswegen musste er gegen dich spielen. Ach stimmt. Einer von beiden landen unter mir. Und Nix hat auch. Let's go. Oh no. Oh. Ein Anschluss WLAN. So langsam, das kommt nicht mal nach. WLAN? Ja, ich hab WLAN, aber es ist so langsam. Das geht. Nachrichten gegeben werden nicht geschickt worden. Oh, Winners Final Stickle? Ja. Noch ein WLAN in der Klassiker. Charon wieder mit seinem Cockthörer in den Setup dran. Das heißt, konnt sie hört gar nichts oder was? Hm? Doch. Konnt sie hört auch was. Naja, wir haben ja dieses Ding dran. Achso. Audio-Verteiler. Ja, geil. What? Top Player machen das Setup kaputt. Ja. Einfach ein enges Kabel für die Cockthörung. Das klang nicht gut. Die Oster. Die Oster. Die Oster. Die Oster. Das klang nicht gut. Nein, das war einfach nur hier. Okay. Ah, aber nein, Winners Final Stickle. Oh, der ist ein. Bei uns, vielleicht wollen wir auch frische Luft hier selber gehen. Oh. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Dann werden wir gleich noch nicht sehen. Was? Er war in Vince überwiegend der Kante. Oh mein Gott, Brandon. Oh! Genau, so muss man... No hesitation. Wenn ich eins von Dark Souls spiele... Hesitation is defeat. Aber das war nicht mal bei Dark Souls. Das war bei Sekiro. Ja, das war das beste Spieltürme aufspiel. Ist so. Nicht schon wie Mili nur gegen Computer, aber gegen so heftige. Gegen 20XX CPUs. Einfach Angepunch. Ist wirklich so. Man ist bei der Get Up Attack immer da, wo man nicht denkt. Er macht die an beide Richtungen. Man ist immer genau an der falschen. Das ist ein wichtiger Stoffel. Oh! Der Callout. Oh! Ich dachte er macht eine Sakurai-Combo. Ja, dachte ich auch. Ja, das war ein 20-Blackout-Schild. Ja, aber er hat schon sehr deliberately gescheit. Das war jetzt nicht, dass er nicht gemacht wollte. Das ist eine... Okay, okay. Sakurai-Combo. We take those. Aber ich merke, ich bin sehr beliebt, ich bin sehr beliebt. Ich bin sehr beliebt. Ich bin sehr beliebt. Au! Au! Jetzt geht's für den Grab, ja. Oh, da wollte er scheinen. Gegen die Abwehr. Aber du konntest ein gutes Timing. Oh! Das hätte scheinen sein können. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Jetzt kommt das große Finale. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Oh, machen wir Werbung? Ja, wird besser, wird besser. Du hast, glaube ich, Geld gewonnen. Ja, Konzi wird besser essen, schlecht. Können wir Pädeln? Für mich geht's nur noch um die Leder. Alter, wie viele auch Game 5 oder Game 4, das waren nur so. Vor allem, der kam mit dem Big Ass. Warte mal. Ach so, Maxi gegen... Oh, Maxi gegen Jan war Game 5. Dang. Ja, alles war Game 5 schon wieder. Außer jetzt, warte mal. Nee, auch Winners Pfeile war einfach Game 5. Oder hast du sogar ein Match von Alex die holen lassen? Hat Alex noch Spiele gespielt? Ja. Ah ja. Ja. Äh, Alex ist ein Senk? Mhm. Nee. Ja, ich durfte ja gegen niemanden spielen. Ja. Wahrscheinlich. Wir können ja gleich noch ein bisschen friendly, aber du musst nach Potze, ne? Ja, Heide kommt aber her, glaube ich. Ja, Heide. Ich glaube, Heide kommt her. Cool. Wir holen jetzt erstmal ein Döni. Ruhe ab. Ne Falafel, meine ich. Ein Flak. Von Dölpi. Von Dölpi. Die haben auch Saitan Döl. Ja. Ich finde Saitan scheiße. Ich finde Saitan relativ lecker. Nicht gut. Ich fand's lecker. Ich find's lecker. Ich find's sogar manchmal leckerer als dieses Tufu. Ja. Ja. Ja, oder? Ja. Ja, ich mag hier Asian-Style Tufu. Ja. Also halt, ähm, weil ihr es halt nicht so richtig verarbeitet halt, ähm, sondern halt so wie das... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So lange ich so die in meinem Mal mit mir ablösen werde. Ich kriege mich gut. Ich glaube nicht. Ich kriege mich gut auch in die Idee. Ich glaube nicht. Ich finde, man sollte bei Martha einfach alle Sound-Effekte durch Bunk ersetzen, zumindest beim Erst-Light, beim Tipp-Up. Nur mal einig, aber nur mal einig. Wieso queust du nicht auf das? Weil ich gerade eben erst gespielt habe. Aha. Ach Gott, so cool. Das ist ein guter Racket. Gönnend. Gönnend. Das sieht aus Gönnend. 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 3-2. Sie ist noch nicht gleich. Gönnend. 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 Hat der Apo schon ermahmet? Denkt ziemlich zu viele Arbitat. Mhm. Ja. Das ist so weird. Nee, das macht er aber eigentlich immer. Ja, aber viele machen das halt. Boah, die sind ja. Ja. Das ist so weird. Gönnend. Ach, jetzt setzen wir mal wieder. Mhm. Er ist auch in der Cure, aber es matcht uns nicht. Hm. Hat sie ja letztens schon gekehrt, oder? Nicht. Oh, 1-0 für den... ...Foolstock. Mit dem Foolstock zu lieben. Matcht ihr uns nicht, weil wir zu weit voneinander weg sind? Kann das sein? Ihr seid doch Decknehmer. Ich hab noch nicht so oft gespielt, also... Oh, check in. Ich werd noch recht weit unten sein. Jetzt ist Microsoft Office. Jetzt ist Home Office. Let's go first. Ich hätte ja erwartet jetzt nach hinten. Let's go first. Let's go first. So. So. Hallo. Hallo. Na? Ja. Ich bin mal auf dem Wasser, aber das steht da. Stimmt. Ich glaub, ich hab's nicht vergessen, dass wir wollen. Ja. Anfangen. Ich bin mal auf dem Glas. Guck mal hier einfach. Leute, es ist sehr wichtig, viel Wasser zu trinken. Vor allem bei dem Wasser moment. Ja, Mann. Und dann... Listen to the man. Und auch unter der Maske ist das halt noch viel lieber. Oh ja. Alter, was ist das? Du kannst hier gar nicht los. Losos. Oh. 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 Nichts für die. Schüfte Schussnack. Ah aber. Was? Bauch. Ähm. Um. Maybe I'll get to the Das war's für heute. 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 Ja, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Was war's für heute. Das war's für heute. war's für heute. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tschüss. Let's go. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das gibt keinen Kontrollermodder. Oh nein. Vielen Dank. 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 No. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Goh, goh! Ich muss mich trafen, damit ich den Mund überraschter. Dann ist und immer wieder. Bäh. Ich habe letztens einen Janne, also der Schirm war auch so eine Janne, die sich mit der Spiel ist einstorcht, ein Doppel, 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 ein Doppel. Das ist nicht falsch. Dennis, du musst callen. Oh, ich muss callen? Wer will was von wem? Hey, Heide, da, das geht. Es ist ein Lene! Ich habe es schon gelesen, ich habe es nicht enttäuschender gesehen, genau. Hey, ich spreche es. Komm, also, es wird noch viel schlimmer. Es ist einfach so, es gab eine Sache, die wir falsch gemacht haben, aber ich habe eine Sache vertraut. Und das ist mir nicht aufgefallen. Ich bin auf dem Wort aufgefallen, aber das will ich erst nach drei Wochen, weil er mich nicht scheißen kann. Ich bin so, irgendwie... Oh, das ist die Schwitzer gerade. Ich bin so, irgendwie... Vielen Dank. Warum würdest du noch eins teilen, denn ich weiß nicht, ob du eins trägst? Können wir mal hier. Nice. Was ist mit dem Käsekuchen? Was? Was ist mit dem Käsekuchen? Ernsthaft? Ja. Wow. What? Das war's. 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 Yeah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020